Das ist der Sefer von dem Jiches, von Jeschua HaMashiach, dem Sohn von David, dem Sohn von Avrohom. Avrohom hat geboren Yitzchok, und Yitzchok hat geboren Jakob. Und Jakob hat geboren Jehuda und seine Brüder. Und Jehuda hat geboren Peretz und Seachen und Omaum. Und Peretz hat geboren Herzrönen. Und Herzrönen hat geboren Romen. Und Rom hat geboren Aminadoven. Und Aminadov hat geboren Nachschäuen. Und Nachschäuen hat geboren Schaumönen. Und Schaumönen hat geboren Boazen und Rochowen. Und Boaz hat geboren Euweid und Ruten. Und Euweid hat geboren Jeschai. Jeschai hat geboren dem Melech David. Und David hat geboren Schloman und dem Weib von Uriah. Und Schloman hat geboren Rechawomen. Und Lechawom hat geboren Aviarum. Und Aviarum hat geboren Osan. Und Osa hat geboren Jehozhafaten. Und Jehozhafat hat geboren Joram. Und Joram hat geboren Uziarum. Und Uziarum hat geboren Jotamen. Und Joram hat geboren Achazen. Und Achaz hat geboren Iskijarum. Iskijarum hat geboren Menaschen. Menasche hat geboren Amon. Amon hat geboren Iskijarum. Iskijarum hat geboren Jehozhafaten. Und seine Brieder zu der Zeit von Golisbovel. Und noch Golisbovel hat Jehozhafat geboren Schaltjelen. Und Schaltjel hat geboren Zorubavel. Und Zorubavel hat geboren Aviud. Aviud hat geboren Eliokomen. Und Eliokom hat geboren Azur. Und Azur hat geboren Zodok. Und Zodok hat geboren Jochim. Und Jochim hat geboren Elihuden. Und Elihud hat geboren Lazaren. Und Lazar hat geboren Matonen. Und Maton geboren Jakob. Und Jakob hat geboren Yosefaten. Der Mann von Miriam. Was von ihr ist geboren geworden. Jeschua. Was wird geriefen. Maschiach. Und Azur sehnen alle Deiris. Von Avromen bis Doven färzen Deiris. Und von Doven bis Golisbovel färzen Deiris. Und von Golisbovel bis Maschiachen färzen Deiris. Und die Geburt von Jeschua HaMashiach ist gewähn Eufasa offen. Bei seiner Mutter Miriam ist gewähn verknast zu Yosefen. Und einer der Sehnen sich zusammengekümmen. Sie gefühnen gewohren Mirberes von der Murchak heute. Und als Eivie Yosef Hermann ist gewähnt Zadig. Hatte sie nicht gewohlt offen mit Weichsein. Nehert getragen sie ob zur losen Stelle ein. Und wie er hat sich das übergeregt. Erster Malach von Gott hat sich bei Wissen zu ihm in Acholmen gesucht. Der Lord appeared to him in a dream and said, Josef. Josef ben Dovid. Und das alles ist gesucht. Und das alles ist geschenke, der soll mit Kujem werden, was es ist gesucht geworden von Gott durch dem Novi. Hatte wird die Jungfrau trocken dich werden und gebären als Sohn. Und er wird riefen sein Numen Immanuel. Was ist Deutsch? Gott ist mit uns. Und wenn Josef ist aufgestanden von Schlaf, hat er getehen als Sohn wie der Malach von Gott hat ihm geboten. Und er hat geniemen zu sich sein Weib, aber er hat sie nicht erkennt, bis sie hat gebeuren als Sohn. Und er hat geriefen sein Numen Jeschua. Jesus. 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 Kapitel 2 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 4 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 Kapitel 4